Also ich selbst glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass wenn du jetzt gerade dieses Video siehst, dass du vielleicht zwischen dem, wo du jetzt gerade stehst, und dem, wo du hin möchtest, dass du da noch eine Lücke verspürst. Vielleicht gewinnst du nicht die richtige Anzahl der Kunden, vielleicht nicht die richtigen Kunden, vielleicht verdienst du nicht das Geld, das du gerne verdienen möchtest, vielleicht läuft dein Geschäft einfach nicht so, wie du es haben möchtest. Vielleicht merkst du, du hast noch viel mehr Potenzial. Du könntest noch viel mehr erreichen oder du hättest schon längst viel, viel mehr erreichen sollen. Wenn es so ist, zögere keine Sekunde und melde dich zum Big Business Event an. Meine Frau Nicoletta und ich, ich bin Daniel Weinstock, wir werden eines zusammen machen. Wir werden an zwei Tagen zusammen mit dir Business Strategien durchgehen. Du wirst von Nicoletta lernen, wie du zehnmal mehr Kunden gewinnst mit einem zeitgemäßen Marketing. Du wirst lernen, wie du dich selbst zum Markt gemacht hast und dadurch viel mehr Anziehung bekommst. Von mir wirst du die sieben wichtigsten und besten Millionärsstrategien erfahren, die megamäßig gut funktionieren. Und ich zeige dir, wie du die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft nutzt, um dein volles inneres Potenzial zu befreien und zu der Persönlichkeit zu werden, die du schon immer sein wolltest. Wir arbeiten an beiden, an deiner Unternehmerpersönlichkeit und an den richtigen Verkaufs- und Marketingstrategien. Wenn du merkst und wenn du spürst, du solltest was tun, du brauchst ein paar Infos, um voranzukommen, du brauchst ein paar richtig gute Strategien in deinem Geschäft, die du einsetzen kannst, dann zögere keine Sekunde und entscheide dich jetzt hier dabei zu sein. Wir kommen extra aus dem schönen Südspanien, Osmabea, nach Frankfurt für dieses Wochenende, um es mit dir gemeinsam zu verbringen. Und normalerweise investierst du in ein Wochenende mit uns im Durchschnitt 5000 Euro. Wir haben eines gemacht, wir haben den Preis so runtergesenkt, so wie ich es noch nie vorher jemals gemacht habe. Wir haben VIP-Tickets, die kosten gerade mal ein Zehntel davon, was sonst ein normales Ticket kostet bei uns. Und wir haben noch Standard-Tickets in dem Fall, 187 Euro, da ist das Essen mit drin, du bist komplett verpflegt. Lass uns loslegen. Lass uns zusammen dein Geschäft groß machen. Darum geht es. Wenn du klein denkst und wenn du sagst, oh, mal schauen und ich weiß nicht, ob ich da was machen sollte, ich weiß gar nicht, wie mein, ja, ob das das richtige Geschäft ist für mich, ach, ich probiere mal so ein bisschen was aus und man soll ja zufrieden sein mit dem, was man hat, da bist du komplett falsch. Meld dich dann nicht an. Wir wollen mit Menschen arbeiten und werden mit Menschen arbeiten, die bereit sind, aus ihrer Komfortzone auszutreten, die bereit sind, komplett ungewohnte Dinge zu tun und die bereit sind, vor allem eins zu tun, eine Entscheidung zu treffen. Und ich freue mich megamäßig, wenn wir uns in Frankfurt sehen. Du hast hier unten nochmal den genauen Tagesablauf von den beiden Tagen. Wir werden, es wird gleichzeitig auch ein Networking-Event sein, das heißt, bring einfach gerne Visitenkarten oder Flyer mit und weil es geht einfach darum, dass du dich mit anderen Leuten, die auch auf demselben Erfolgslevel sind wie du, die selbst vorankommen wollen, die sich selbst persönlich entwickeln, die sich selbst persönlich weiterbilden und auch die Business-Strategien und Marketing und Verkaufstechniken haben wollen, dass du dich mit diesen vernetzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden hier an diesen zwei Tagen eine Basis schaffen und du wirst merken, wenn du da rausgehst, wir haben über zwei Tagen, das ist fast so wie eine kleine Familie, die sich jedes Mal bildet, weil man Freunde gewinnt, man extrem weiterkommt und einfach auch von anderen Menschen lernt. Mein Team und ich, wir sind für dich da und wir werden eines tun, dich zu dem Erfolg bringen, den du haben willst. Du musst es nur zulassen. Du musst offen sein dafür. Wenn du offen bist und wenn du bereit bist, die Dinge umzusetzen, die wir dir zeigen, dann wirst du merken, wird sich ein Riesentor auftun. Du wirst merken, wie die Fülle zu dir kommt und wie du mehr Geld verdienst als jemals zuvor. Du wirst sehr viel mehr Kunden gewinnen. Du wirst von der Persönlichkeit her so aufgebaut sein, so einen Selbstwert haben und so ein Selbstbewusstsein haben, wenn du diese Übungen machst, die wir dir zeigen, dass du in einen Raum reingehst und Menschen drehen sich nach dir um. Du wirst Aufmerksamkeit bekommen in den Social Medien und so weiter. Verpasst diese Chance nicht. Wenn du nur eine Sache, von denen ich gerade, oder die ich gerade aufgezählt habe, wenn nur eine Sache für dich interessant ist, dann lohnt sich das. Und wenn du nur wegen dieser einen Sache kommst, wirst du merken, du nimmst noch sehr viel, 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 viel mehr mit. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dich kennenzulernen und zögere nicht lange. Zögere am besten überhaupt nicht. Melde dich hier unter dem Video jetzt an und such dir dein Ticket aus, das du gerne haben möchtest. Wir haben nur begrenzte Plätze frei. Sei schnell. Ich weiß, eines, die Veranstaltung wird aufgrund diesem sehr geringen Preis sehr, sehr schnell ausgebucht sein. Sei dabei und ich freue mich auf dich. Dein Daniel Meinstock